Am Freitag, den 18.10. wird die Ausstellung Papyri digital das Apollonius Archiv in der Staats- und Universitätsbibliothek eröffnet. Hauptaugenmerk der Ausstellung ist das Apollonius Archiv. Diese Aufzeichnungen stammen von einem oberägyptischen Verwaltungsbeamten aus dem zweiten Jahrhundert nach Christi. Sie enthalten Informationen über Verwaltungsarbeiten aber auch private Briefe. Auch die Transformation der Papyri ins Digitale wird gezeigt. Die digitalen Papyri werden dann mit Transkription und Übersetzung verknüpft. Einmalig ist die Präsentation originaler Papyri, die aus Gründen der konservatorischen Erhaltung in der Ausstellung regelmäßig ausgetauscht werden.